Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Sprüche 16 Vers 3 da steht Vertraue Gott deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Vertraue Gott alles an, auch deine Nöte und deine Sorgen, er hat alles in der Hand. Hoffnung um 12, jetzt, heute, hier. Wir wollen dich wieder ermutigen, genau mit dem Thema, was Isolde vorgelesen hat. Vertraue Gott deine Pläne an. Schick uns dein Gebetsanliegen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Vertraue Gott deine Pläne an. Was haben wir doch alles für Pläne und was machen wir für Pläne und ist oftmals nicht auch Gottes Plan. Ich habe hier einen Plan mitgebracht von unserem Jugendzentrum, wo wir geplant haben, geplant haben und dann kommt man in eine Bausitzung. Dann heißt es, ja, das geht nicht, weil das so ist und das geht nicht, weil die Vorschriften es nicht zulassen und da muss man das und da muss man jenes. Und der andere sagt wieder, ja, ich hätte aber gern das so oder so. Und so ist es auch mit unseren Plänen. Wir sollen die mit Gottes Pläne synchronisieren. Wie geht das? Wir haben eine Bibel. Da steht drin, was Gottes Plan ist und Gottes Plan ist der Masterplan und der Masterplan ist das, was die Grundlage ist. Gott hat uns einen freien Willen und auch einen Verstand gegeben, wo wir selber gestalten dürfen. Aber wir sollen gestalten in den Möglichkeiten, die er uns gibt und die sind gewaltig. So wie wir in Karlsruhe Vorschriften haben von der Stadtverwaltung, vom Bauordnungsamt, da dürfen wir nicht drüber raus. Aber ob wir das Haus jetzt braun machen, ob es eckig, dreieckig, sechseckig wird, das ist unsere Sache. Das können wir selber gestalten. Aber wir dürfen nicht höher bauen, wie es hier erlaubt ist und so weiter und so fort. Und so ist es auch mit deinem Plan. Vertraue Gott deinen Plan an. Und du hast auch die Verantwortung für deinen Plan und Gott ist mit dir, wenn du auf den Masterplan aufbaust. Und das ist wirklich wichtig. Habe den Masterplan der Bibel vor Augen und du darfst dein Leben gestalten. Danke, Herr, dass wir das dürfen. Herr, dass wir nicht unter einem Zwang sind, sondern Herr, dass du uns einen Masterplan der Bibel gegeben hast und dass wir unser Leben gestalten dürfen. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir diesem Plan dir anvertrauen dürfen. Und Herr, danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du mit uns bist. Amen. Eine Frau schreibt uns auf, folgendes Gebetsanliegen. Lieber Daniel, liebe Isolde, ich bitte euch um Unterstützung im Gebet. Seit zwei Jahren bin ich nach einem Schlaganfall links gelähmt. Und auch meine Nieren sind krank geworden. Dazu kam noch Epilepsie. Ich glaube sehr stark, dass Jesus mich heilen kann und bitte deshalb euch um Hilfe. Vielen Dank. Ja, und das tun wir gerne. Jesus, wir danken dir, dass du diese Person kennst und dass du auch dieses Anlegen kennst, diese ganze Krankheitsgeschichte. Und ich danke dir, dass du auch diesen Schlaganfall, die Folgen und die Nieren und die Epilepsie und alles, was da nicht in Ordnung ist, kennst und weißt und dass dein Heilungsstrom jetzt da durchgeht. Danke, Jesus, dass da eine Erneuerung stattfindet von Kopf bis Fuß. Danke, Jesus, dass alles entmachtet ist in diesem Leib, in diesem Körper, was nicht von dir ist. Und ich danke dir, dass du eingreifst in diese Situation. Und du siehst auch diesen Glauben und dieses Vertrauen, wo diese Frau in dich setzt. Und ich danke dir, dass du dieses Vertrauen belohnst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen von Großeltern kam per WhatsApp. Und da heißt es, ihr Lieben, danke für eure Gebete. Wir sind in sehr großer Not. Unsere Enkeltochter, 15 Jahre alt, leidet seit circa sechs Wochen unter starken Kopfschmerzen. Seit dieser Zeit kann sie keine Schule mehr besuchen. Sie war schon bei fünf verschiedenen Fachärzten. Keiner kann helfen. Nur Jesus kann helfen und darauf verlassen wir uns. Bitte beten sie mit uns für unsere Enkeltochter und ihre Eltern. Und das stimmt. Jesus kann helfen, wenn auch keiner mehr helfen kann. Jesus, wir danken dir, dass wir dir dieses Anliegen einfach bringen dürfen und dieses Mädchen. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch um diese Kopfschmerzen, um diese Ursache weißt. Wenn es auch niemand weiß, aber du weißt es. Und ich danke dir, dass du dieses Mädchen berührst, dass diese Kopfschmerzen verschwinden im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass sie völlig wiederhergestellt ist. An Geist, Seele und Leib und dass du wunderbar eingreifst und wunderbare Lösungen hast. Danke, Jesus. Heilung von Kopf bis Fuß. Ich danke dir auch für die Eltern, dass du ihnen neue Kraft schenkst, neue Mut und neue Zuversicht. Ich danke dir, Jesus, dass du mit deinem Frieden in diese Familie hineinkommst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns weiter deine Gebetsanliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und ein dramatisches Gebetsanliegen kommt von einer Mutter. Sie schreibt, mein Sohn wird von Drogendealer bedroht. Bitte betet, dass er beschützt wird. Sie wollen ihn abstechen, weil sie glauben, er hätte sie an die Polizei verraten, weil sein Fahrrad gestohlen wurde. Aber er hat weder Adresse noch Namen genannt. Wow, schon krass, so eine Sache. Und da wollen wir jetzt beten. Herr, ich danke dir dafür. Du kennst jetzt die ganze Situation. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch mit dem Sohn bist. Dass er sieht und erkennt, mit was vom Umfeld er zu tun hat. Ich danke dir dafür, Herr, dass du alle Zeit der Vergebende bist. Und Herr, danke, Herr. Lass ihn wirklich deine Liebe erkennen. Und ich danke dir dafür, dass du auch sein Schutz bist. Herr, danke, Herr, dass wir wirklich, Herr, sagen dürfen, Herr, dass in deinem Namen, wir diese Verbindung brechen, in deinem Namen, Jesus, diese Verbindung brechen zu den Drogendealern, dass da keine, nichts, keine Macht mehr an diesem Sohn etwas tun darf. Und lass nochmal, Herr, möchte ich beten, wirklich diesen Sohn erkennen, dass er da Schluss machen muss und sich trennen muss von solchen Leuten. Danke, Herr. Amen. Amen. Ja, das ist wirklich dramatisch. Und ein Gebetsanliegen für eine Freundin schreibt uns diese Frau. Bitte betet für meine Freundin. Sie leidet seit Monaten unter giftigen Absonderungen im Mund, außerdem an schlimmen Durchfällen und Herzkrämpfen. Sie ist sehr schwach und abgemagert. Kein Arzt findet die Ursache. Vielen Dank, euch lieben Betern. Ja, danke, Herr, für diese Freundin und ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du wieder das Gleichgewicht in diesem Körper, in die ganzen chemischen Absonderungen, Aussonderungen und wie man das auch nennt, Herr. Danke, Herr, dass du wirklich da ein Wunder tust, dass wieder das Gleichgewicht reinkommt, dass Heilung hineinkommt, dass Gesundheit hineinkommt, dass Friede hineinkommt in diesen Körper, dass er wieder funktioniert, wie du es vorgesehen hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Und auch viele Gebetserhörungen sind wieder bei uns eingegangen. Und verschiedene Heilungen hat ein Ehepaar erlebt. Und sie schreiben, danke für eure Gebete. Die heftigen Gliederschmerzen haben nachgelassen. Ebenso ist eine Besserung bei der Inkontinenz eingetreten und der Fußnagelpilz ist nicht mehr zu sehen. Danke, Jesus, für dein Eingreifen. In einem Gottesdienst sagte Daniel, dass da jemand einen Schatten auf dem Auge hat. Das war ich. Danke, Jesus, für die Heilung und danke für die Fürbitte. Auch die Hand unserer Enkelin ist geheilt und sie ist vollkommen schmerzfrei. Wir loben und preisen unseren Herrn. Ja, eine ganze Menge Gebetserhörungen. Und ein Mann schreibt von den Heilungstagen im Mai. Gott hat mich an den Heilungstagen 2021 und besonders am Sonntag geistig, seelisch und körperlich berührt. Insbesondere als um Heilung des Glaukoms gebetet wurde. Ich nehme die Heilung an. Wie wunderbar. Und auch diese Frau hat Veränderung bei den Heilungstagen erlebt und auch Heilung. Sie schreibt, Gott hat in meinem Leben bereits mehrere Wunder getan. Halleluja. Er hat mich bei zwei Autofahrten vor Schlimmerem bewahrt. Einmal hätte es tödlich enden können. Er hat meinen Sehnenriss geheilt. Ich brauchte keine OP. Und von einem Fersensporn hat er mich innerhalb kurzer Zeit geheilt. Ich habe zum ersten Mal an den Heilungstagen teilgenommen und durfte Gottes Gegenwart an beiden Tagen spüren. Durch Worte von Isolde und Daniel hat er zu mir gesprochen und mich auf einige Dinge aufmerksam gemacht. Ich habe meine Einstellung gleich geändert und Jesus meinen Dank ausgesprochen. Was für eine wunderbare Veränderung. Und eine Frau schreibt überglücklich, das grenzt an ein Wunder. So die Aussage der Ärzte, schreibt sie. Vor zwei Jahren hatte ich eine Krebserkrankung, die sich im Rückenmark und an den Hirnhäuten niederschlug. Ich erlitt eine komplette Lähmung im Unterkörper sowie eine halbseitige, schwere Gesichtslähmung. Mehrere Monate war ich an den Rollstuhl gefesselt. Damals bat ich meine Schwester um Gebet bei ihnen. Inzwischen bin ich seit einem Jahr gesund, kann wieder gehen und wieder arbeiten. Das grenzt an ein Wunder, so die Aussage von Ärzten und Therapeuten. Ich bin so glücklich und dankbar für diese wunderbare Heilung, die ich erfahren durfte. Herzlichen Dank für Ihr Gebet. Ja, und ich denke, das kann man wirklich nachvollziehen. Diese Freude aus dem Rollstuhl wieder befreit zu sein. Unser Gott ist grenzenlos. Deiner auch? Hast du etwas erlebt? Mit dem lebendigen Gott? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Wir hatten es heute von den Plänen, von dem Plan. Und ich sage dir auch, überprüfe mal deinen Plan, ob er wirklich in Gottes Plan reinpasst. Oder ob vielleicht nur ein Stück reinpasst und sagst, ja, das ist meine Sache, das geht Gott nichts an. Ich sage dir, stimme deine Pläne mit Gottes Plan ab und du wirst vollen, vollen Erfolg haben. Vielleicht nicht gleich, vielleicht Stück für Stück. Wir bauen auch schon viele Jahre an der Jugendhalle im Jugendzentrum. Aber hoffen, dass es bald fertig ist. Das hat viele, viele Gründe, wieso es nicht schneller ging. Sagt auch viele vielleicht bei dir, wieso das eine oder andere noch nicht eingetroffen ist. Aber wenn es Gottes Plan ist, es wird fertig werden. Es wird dir gelingen. Ja, schick uns weiter dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Nächsten Sonntag sind wir wieder ab 10 Uhr für dich da. Da haben wir Gottesdienst mit Livestream und über die Webseite. Schau einfach rein. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast auf YouTube, dann mach es jetzt, dass du nichts mehr verpasst. Drück auf die Glocke und du wirst immer daran erinnert werden. Wir wünschen dir einen gesegneten Tag. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schau doch mal vorbei.